Hallo liebe Community, hier ist der Leo Ferdinand von Nubis Gaming und wir sind total komplett fair wie gerade hier ja, mit Gondom Schnelltarras Hallo Player Master und Malton Ja, fein Hat Player Master nichts zu sagen, sind es geil? Doch, ich hab dich doch invited Magical, Magical Ich hab bloß Ich bin nicht Player Master Ach so, ah ja, ah ja, ah ja, 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 ach, alles, alles cool Aber, ich bin doch die Spinne Ja, ne, ich geh tank, oder? Ja, ich mach, ich mach, ja, ich mach, mach so Hybrid-Kram Äh Was war denn da? Physical Zwei Physical, kein Magical Ich gebe schon fast davon aus, dass die anderen auch alle irgendwie in Teamspeak aus sitzen, weil die sind gerade nicht in einem Clan, das finde ich, äh Ich bin nicht bemerkt, das ist Das finde ich gemerkt, das ist Ich hab auch die dann, äh, und es ist doch logisch, dass die, das ist doch logisch, dass die, die dann im TS sitzen oder so Ich dachte, dass ich, die dann im TS sitzen oder so Ich bin immer neu, ich bin immer neu, ich bin immer neu, ich bin immer neu Und dann aktiviert sich das in deiner Ultra, also meine Ultra Ja, gut Warte mal, ich komm da drücken Aua Okay, wir haben vielleicht nicht Hat, 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 hat Weihnachtsmarkt, wo es jetzt hier neue, 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 neue Neuwart 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 Kein Toner, ich komm mal voll zu den neuen, neuen Voicing aber ich weiß es nicht Ich geh an Aaaa Ich komm mal Cupid Ich hab geholtet Ich hab geholtet Aaaa Das ist doch gar nicht, gar nicht, gar nicht Aui Gut Fock Ähm Guck mal, bitte Nein Ohohohohoho Nein Ach, wir lebst es nicht, alles ok, alles ok, du lebst es Klinik Aber ich hab berutscht, es ist mein Geld welchen Zuhause Er ist ein Vereinigtesland Jodo Bapak freuzig und K Caspar опять Auregenau 9 Rau 지금 Beider Wollittersporden ich möchte die sowieso immer überall hin einfach nur weil die interessieren sich nie dafür ja gut die machen ja auch nicht anfangs machen die gut schaden ich gehe 20 Sekunden bei der Ulti wieder ran ich war einfach bis wir alle wieder hier schön zusammen sind dann habe ich gerade beschlossen das schöne ist dass du Malton dann auch gleich wieder deine Ulti ja ja in 15 Sekunden ich hab auch gleich wieder ach Agony ganz ehrlich auf jeden Fall ein schöner Wave Team von Zeus von seiner Uhr ok dann wollen wir mal rangehen ja 30 Sekunden ja wir warten wir warten noch auf dich ich hab ja noch rot 2,5,4 das meine spinnig 2,1 nicht gerannt los oh ich nehme noch ich dachte ich wäre tot das war's ne so muss das sein ich hab aber nichts mehr gemacht die sind glaube ich nicht empfehlen äh ja gut das war aber äh ja die macht eine Sylvasion für mich es war es war du oder ein es war du oder ein entweder wir oder dir aber der Teufel hat sich seine Ulti schon rausgehauen und äh ansonsten bei Cupid weiß ich nicht Mulca hat sich seiner aber auch schon draußen so Türme für alle jaaa Türme für alle nach der Ulti hab ich schon gar nichts mehr gemacht weil ich dachte okay ich bin tot ja ich bin die ganze Zeit in meiner Ulti gewesen bevor ich hoch kam waren alle tot hier die alle die 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 in Oh nein, raus hier. Oh, ich bin tot. Oh nein, ein HP. Scheiße. Na komm, wir gehen los. Der wollte mich echt tot sehen, ne? Oh, oh. 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 Was nehmen wir denn? Also Rambo macht auf jeden Fall seinen Namen Ehre, würde ich sagen. Ja, wir haben nämlich Rambo 2014 in unserem gegnerischen Team. Ähm. Oh, ne. Oh, ne. Ach, die gehen einfach noch viel zu hart ran. Oh, die sind gerade alle im Tower, ne? Ich komme eingebruselt. Ich auch. Okay. Sollt. Komm her, Cupid. Wird euch berührt, wir führen immer noch mit. Krass. Ne, jetzt gehen wir nicht. Jetzt sind wir nicht mehr mit Gold. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, aber wir haben die erheblich krassere Kombi mehr. Also daher, dass das... das Geritz das gehen. Komm alle zusammen hier. Alle so. Oh, oh. Das war knapp. Ja. Okay, ich bin der da. Also ich habe jetzt auch Ult-Ready, ne? Also muss ich sagen. Ja, ne. Die sind wirklich hart drauf hier, finde ich. Ja, klar. Das eigentlichste, was ich an Sobek nicht mag, ist, dass er so ultralange Cooldown treibt. Ich habe ihn einfach weggehulpst. Ja. Einfach weggehulpst. Das geht nur mit richtig groß prozentig. Ja, mein Ernst. Ja. Ich habe das Voice-Packing. Wolltest du jetzt, dass wir abgruben? Ich weiß nicht, jetzt einfach so. Alle gehen zusammen, nichts passiert. Okay, dann geht es wieder. Richtig geil, wie das aussieht. Ja, richtig geil, wie das aussieht. Ja, okay. Guck mal, was ist das? Gut. Oh Gott. Das war leid. Den Hulkan. Den haben wir. Ja, ich habe gleich Hul, ne? Ich muss sagen. Oh. Ich habe erst mal Verletz. Für die Aktion gerade. Na rechts. Ja. Dariq. Aua. Dariq. Da bebt ja auch die Ärger, wenn du rülpst, alter. Das ist richtig awesome hier. Ah, aua, aua, aua. Zu viel Damage, zu wenig Schuhe. Ah, ich muss weg. Zu wenig Schuhe. Das ist mir nicht. Das ist mir nicht. Nochmal Watchers. Oh ne. Das wird ganz relaxt, das Game glaube ich hier. Also, entweder krimierend hier auf dem Münster noch. Oder habe ich noch schlecht ETP. Momentan sind wir auch. Ich habe mal eine Ulti. Ich auch. Was? Was war das denn? Ja, das ist wirklich. Hier ist noch jemand, der Einsatz zeigt. Ich meine Spinnig machen alle. Komm her. Ja, die Spinnen sind toll. Immer noch. Ich weiß nicht, ich komme noch nicht ran. Ach, was bist du für ein krankes Ding. Oh, das war auch noch. 15 HP. 15 HP. 15 HP. 15 HP. Ja, ich habe mal geflüchtet. Ich weiß nicht. Ich habe hier einen Toys, oder? Ihr seid ja alle weg. Achso, du bist da? Achso, du bist da? Lauf mal in den Turm. Ich hole mir die beiden. Einer? Hier. Das war Fail. Yo. Gleich mal nicht. Erstmal beim Wurkern. Fuck! Ah, Leo, äh, David geht immer wieder ab, ne? Mhm, wir tun was wir können. Ja, wie geht's? Bacchus. 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 War kurzzeitig mein Main-Charakter. Das ist aber schon über ein Jahr her. Haha. Naja, damit habe ich hauptsächlich Bacchus gespielt. Ein Main mittlerweile ist wieder Loki. Loki doki, ja. Wüns ich auch. So geil. Auch, ich weiß nicht, aber ich habe in letzter Zeit, wenn ich Loki spiele, gerade eben bin ich mit, aus dem Match 7 zu 13, also das dritte Match stand 7 zu 13 für uns und von den 7 Kills hatte ich 4. Das ist super nice. Das ist doch awesome. Ja, ach, Loki, Loki ist richtig geil. Früher, früher, früher in der Arena war Loki, das ist der fieseste, das fieseste Viech. Da war da noch ein Tür, der meinte dann, Loki ist KS. Ja, was ist denn der Job von Loki? Ja, Loki ist es da. Wenn du dich mit Loki KS dann machst, dann war's falsch. Okay, ich habe Volt wieder, ne? Okay, ja, komm, auf geht's. Lass die mal kommen, ne? Ja, hol uns ein. Ja, Agni denkt wieder, er müsste aufs Solo-Tour gehen. Nice, schön, ja. Das ist doch gut. Überhaupt keine Probleme. Ah, Agni. Ohi. Das war knapp. Lass mal so ein kleines bisschen zurückfallen. Ja, hier, group up, ich hab was. Retreat! Ja, mit elf bisschen auf. Bitte jetzt aktivieren. Danke. Vielen Dank. Ich geh auf Zeus. Ich ultre rein. Leider kam rein, ich spiel. Komm, der Zeus. Schön. Schon wieder alle tosten, bevor ich hochkomme. Oh, wir haben uns verschlechtert, wir haben keinen Dearsite mehr. Ach, schade. Aber es war wieder knapp dran. Ja, wir haben nur kurz gesagt. Weil der Olo die ganze Zeit dahinten stand noch nicht gemacht hat. Der dem Team nicht geholfen. Ja, ey, das ist die Hauptsache, die bekommen, wenn die ist halt. Ja, ich geh mal, ich geh mal mit Tomo. Die, 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 die. Komm, mit Tomo machen wir jetzt. Ähm, hier, Agni kommt wieder. Agni kommt wieder. Agni kommt wieder. Ich glaub, der Tom ist Hälfte. Alles in die, 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 die. Kann uns mal hoch. Warte, wir haben noch mal einen. Tomo ist auf'n Drittel. Ich gebe auch aus. Oh, 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 oh. Aber der Tom hat mich sogar bekommen, wie geil. Was? Falsche Schuhe, aber egal. Die im Rettung von A8 ist wirklich super. Ich vergefte damit ein Minion, und dann entge probiere ich weiter den Schuh. Ich nehme mich einfacher Minion. Okay, das ist natürlich, das ist natürlich auch nice. Ich hab's auch noch vorhin gemerbt, dass das klappt. wir sollten aber trotzdem mal zurück weil wir sind 3 und diesen 5 ja okay dann geb ich ich werde mal ich nehm mal ich nehm mal in der Tat auch so wie wir mit einfach bei Bach und Zoll bei neun Sekunden wieder 0 ich hab sie warte dann gehe ich gleich und 3 okay ich warte noch auf Leo dann auf den Pferden ich hab kein cool dauernd gerade ne doch so ein bisschen ja okay ich hab falsche Schuhe an und dann gehen wir mal zurück richtig fällt auseinander naja da kommt schon unser dicker Weihnachtsmann okay äh wer ist da gerade reingegangen? ja wachne aber warum? da bin ich dran aber ich meinte den Ulla da rein wie geil ich hab den Ulla in die Ulla von Hades geworfen ein Ulla ist so tot Quarkack Quarkack wieso hat der immer so schlimm ab? Ach weil er kleine feige Saue ich geh mal ran an den Phoenix kommt mal hier ran Da kommen gleich Minions, sehr gut, das ist zwar nur ein Einzelnes, aber das reicht Ich geh mal hier die gegnerischen Minions, so Okay, Phoenix ist auf Hälfte Phoenix ist auf dem Drittel Drittel, oder Drittel Geht das eigentlich durch die Wand? Ja, 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 die Tidal Rifting Die sind alle gleich nacheinander Ich hab 1, 2, 20 Ich 3, 5, 14 Du bist der Tag ganz kurz, du bist der Tag, du bist der Tag, du bist der Tag, du bist der Tag, du bist der Tag Ah, ich bin tot, ich bin ein guter Mann Wer kann einfach nochmal ganz kurz, wer kann einfach weiter Alle laufen weg Boah, ich laufe einfach hinter dem Zeug, der raffte sich, ne Ja, schön Escape-Player, schön Escape-Player Huuuui Hallo, Gruppup Ja, alle Ich hab UL 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 Wir können gleich mal probieren, wir können gleich mal probieren, könnte funktionieren Könnte ein Sprungwort sein, könnte auch ein Sargnackel sein, muss mit Stromberg so sagen Ja, ich hab jetzt auch wieder die UL Trudy Hat jemand noch so, ähm, ne kleine Heilung für mich, dann könnte ich ja Ich hab nur noch 100 Ich hab 20 Sekunden Ich hab 20 Sekunden Ah, ich hab 10, okay dann Ich bin glücklich Oh Das war nicht so So wird, so wird sehr unpraktisch Ich geh, ich Ich geh, ich Tup ab Ja, sowas, sowas gedacht, haben wir, haben wir gut hinbekommen, jetzt zurück, jetzt wieder zurück, jetzt wieder zurück Jetzt wieder zurück fallen lassen, wir haben da, wir sind reingegangen, wir haben einen gekillt, die haben keinen gekillt, so sieht das gut aus Okay, ich bin da Ich bin richtig Mit mehr Tank Mut So weit hast du noch ne Ja Dann ist mein, schon gut dann Dann kommen alle hier Zusammen Ich bin da Auch Poseidon Ja Wow Schnell Schnell Ich hab sie raus gehauen Haben wir alle sterben okay, ich ult aaaa, das werde ich nicht überleben ja hier das hat dir mal wieder toll getan ach der Toll ist so aus dem Tod Schau, ich wollte mich gerade noch anbieten. Das war so. Das war so. Das kann jetzt über. Der Strike war ziemlich knapp. Da folgt ein Anderen. Wenn jeder einen verfolgen würde, dann wäre bestimmt einer. Wohl kein Ulge der von mir. Wohl kein Ulge der von mir. Hehehe. Da kann ich mich nicht überschliere. Weg ist er! Und hinter dir so ein Cupid. Ich hab grad so Cupid. Das ist gar nicht so armeuvre. Vor Rambu hätte ich Angst. Aber vor Cupid nicht. Aui! Jetzt ist es dann super lang. Ich bin sowas von weg! Du bist sowas von tot. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Guck mal. Lauf! Ach. Cupid ist genau hinter dir. Ja ja, das ist ja alles kein Problem. Alles kein Problem, ich hab mich hier gar nicht so auf. Ich probier mal hier den Rambo von dir wegzuhalten. Ich sag jetzt einfach nur Rambo. Du brauchst Klappler gerettet. Du brauchst Klappler gerettet. Ja, das ist der Weihnachtsmann. Er weiß, ob ihr artig wart, oder? Fisch, ich bekomm dir nicht. Ich hab 30 Sekunden. Soll ich euch schon das Menschen geben? Nee, 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 ich kann mich selbst noch so ein bisschen gegenheilen hier gerade. Jetzt kommst du über die Zeit langsam. Oh, guck mal, der Ulb. Das war gut. Ich hab ne Ulb, ne? Ich kann reingehen. Ja, ich auch. Okay, auf geht's. Na, los geht's. Ich möchte Rambo haben. Das wollen wir alle, glaub ich. Moment, Moment. Lass mich aneignieren. Tag. Jetzt bekomm ich Brotec. Oh, das ist so OP. Da kann man einfach mit Azzi noch irgendwie noch anders betrachten und dann... Ich hab Null. Ich hab Null. Ich hab Null gleich. Ich hab Null gleich. Ja, jetzt chill, wir haben den Zeug. Jetzt ist mal. Ja, aber der Agni... Na, da soll ich vielleicht raus. Nur noch 100 habt ihr. Ja. Ja, ne. 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 Ich sei... Na, hier Speed Buff. Ich probier das, was ich kann. Speed Buff? Achso. Räh. Seit wann gibt's hier Speed Buff? Äh, Speed Up. Der eigentlich weiß, dass er sowas vom Tod ist. Sorry, sorry, sorry. Na, kein Problem. Komm her, toll. So lange der Kill eben... Ja, der ist tot. Ist alles okay. Hoffentlich. Hauptsache der Kill bleibt dann dran. Ja. Aber wir können den Phoenix mal wieder machen. Ja, schön. Raus, raus. Ich muss auch den Phoenix raus. Oh, ne. Oh, ich bin tot. Alles, alles noch im Leben. Scheiße, bin gleich down. Einfach nur wie ein Phoenix-Schuster. Okay. Salvation. Komm her. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Wenn du grad so ne Scheiße gehst. Komm her. Oh, Gott, Hilfe. Hahaha. So. Einfach vor. Ich freu mich mal, um die Flugzeug zu ergreifen. So, lass mal, lass mal zurück. Schlüssel-Minion. Retreat. 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 Ich kümmere ganz gut auf Geld. Geld und X. Wir haben 8000 mehr X und 3000 mehr Golds. Das ist doch nice. Echt? Ich könnte langsam aber in der Tat mal zurück. Ähm. Ja, ich auch. Es sind gleich alle da. Ich werd gleich mal wie-wie-vorrück rein gehen. Okay, mach den Gutteln. Naja, ich hab auch old ready. Ich helf dir dann. Okay, gut. Also, ich werd gleich in der Tat mal versuchen zurück zu gehen. Ja, Zeus ist auch noch nicht da. Das heißt, es kommt mir aus. Komm gleich. Ich hab mir eine gut. Okay, eigentlich ist das ne gute Idee. Dann geh ich jetzt mal ran. Ja, gut. Vita forever. So Rambo, jetzt ist dein letztes Stück lang geschlagen. Ja, du hast ihn. Nein. Wenn wir noch einen mitnehmen ist gut. Mit dem schon. Ja, das tun wir. Sorry. Alles, alles easy going. Rambo, Rambo, Rambo. 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 Waaaiiii. Ich hab dir keine Kümel mit mir geschlagen. Schön weg gesagt. Hier habt ihr noch Dings. Ich wollt eigentlich nicht zurück zur Base. Hahaha. Aber wir können das Match auch gerne gewinnen, ja? Ist okay. Wenn wir schon dabei sind. Hey, hier Agni. Ich hab Zeus. Und ich hab Agni. Oder er hat Agni. Eigentlich ist das total stark so. Drei Tanks. Ein Damage-Spieler. Ein Physical Damage-Spieler. Ein Physical Damage-Spieler. Ein Physical Damage-Spieler. Okay. Ja, ich lass mich grad zerhacken. Mach doch Zeiten-Damage. Aber tötet, tötet noch Dings. Ja, genau. Ne, du meinst Felix-Damage, ne? Oh man, du bist. Komm, komm, komm. Haha. Ich hab gerade gleich die ganze Zeit wiederholt. Hahaha. Moin, der Topic gar nichts mehr weiß. Wir machen jetzt fertig. Brauch dich zurück. Ich hab nicht Top. Ich hab nicht Top-Kills. Oh. Ja, ja, dann. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sehr gut. Oh, jetzt kommt er damit. Oh, okay. Haben die Frieden. Komm, erst. Wir sollten zurück. Retreat. Ja. Und wir bleiben hier unten. Ja, ganz schön. Alter, was ist das? Alter, was ist das? Und... Tja, ne. Ich bekomm den nicht. Ich geh ganz schnell hin. Und alter, wie damage die mir so fort hauen. Ich komm hin, schon halb. Ich hab meine Ulti. Na, ich auch. Jetzt noch ein Polynomikon. Auf geht's. Bachos in Oldschool. Ja. Egal, schön. Bist du schon wieder da? Nein. Es sind schon 19 Sekunden. Okay, es ist aber... Es ist aber wirklich sehr fett, dass du Gott hier. Na. Nee, Kumbakana. Kumbakana ist noch ein bisschen... So ein bisschen Monströser. So, 10 Sekunden, 9. Ich hab auch schon wieder. Ich will durch... Auf dir? Also ich nicht. Ich nicht. Ich hab'n Geier. Ja, gut. Ja, gut. So, trinken wir erst mal ein. Lalalala. Ja, gut. Ich müsste dann doch jetzt... Machen, weil wenn nicht da reingehen, dann bräuchte ich mich voll. Ja, okay. Geh rein. Äh, nein. Ich geh nicht rein. Hallo Agni. Wir haben wirklich viel zu viel damage. Ich mach' an. Ah, oh Mann. Okay. Das sieht jetzt eher schlecht aus. Aber wir haben den schön nichts noch auf 3 Seiten. Das ist ein Vorteil. Ja, nice. Richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Das war richtig klasse. Der ist nicht mehr auf in unsere... Kommt hin, ne? Boah. Nice job. Ich weiß nicht, ob sie unseren Felix sind. Ja, die haben wir zurückgetrieben. Na, das war richtig wichtig von ihm. Das ist halt Poseidon. Ich schwarz noch kurz auf. Einfach drauf. Ich bin wieder da. Ja, jetzt... Wir stehen jetzt hier auch gerade wieder an dir und wenigstens der Felix und mal auf. Ja, gut, okay. Ich hab auch Ult, falls die da noch ein bisschen rumhocken dann... Geh ich da rein. Ich bin jetzt auch ziemlich tanky. Also wir haben schon... Also wir haben schon... Was? 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 Warum habt ihr euer Spiels geholt? Hm? Warum habt ihr euer Spiels geholt? Hm? Wegen Chupis. Chupi. 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 Sagt ja nur Rombone, ne? Ähm, soll ich reingehen? Ja, ja, ja. Ich hab einen holen. Ich hab auch holt. Ich hab auch holt. Ah, was war das? Will stop damage. Nice, nice. Oh, krass. Oh, krass. Auf duuuuum. Ja. Was, Tom? Jetzt noch. Schade. Oh, Mann. Ja, ich beobachte dich gerade. Bitte? Ich beobachte dich hier gerade. Ich wollte die eigentlich noch befolgen. Alter. Das sah für mich gekochen aus, eigentlich. Mach den Phoenix, egal was ist. Boah, Cut. Die Minions, die Minions machen ja schon fast Dings alleine tot. Ey, gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, hier, hier. Das macht sehr viel. Okay. Angecaged. So klar. Ich haue, aua, aua. Ah. Und da ist aber noch die Ulf von dem Gewäck. Thanks. Ah, Zeus. Oh, Mann, ich hasse es, wenn das auf alle Respekt geht. Ein HP. Da läuft einfach rückwärts dort rein. Und der Titan nüpft gleich auf. Ah, nein, scheiß Spinnen. Ich hasse Spinnen. Guck mal. Okay, auch hier. Oder ich geb dir mal. Warte, lass mir einen Minion. Ah, okay. Ich bin schon mal halt nie. Ich hab ultim 15 Sekunden. So. Hm, aber, 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 aber. Ich hab auch ein 13 Sekunden. Ach so. Ich muss senden, weil. Ich dachte, du kannst... So, das ist auch gesetzt. Okay, äh, fünf Sekunden dann. Okay. Komm mit dem wieder. Der Weihnachtsmann ist wieder da. Okay, dann geht da rein. Ich auch. Ah, verdammt. Oh, Mist. Hey. Warum hab ich sie nicht trocken? Bitte zurückziehen, bitte alle. Ja, boah, weil der einzige Physik ist da. Und... Ich lebe, ich lebe, ich lebe noch, noch, noch. Yes. Warum ist Zeus so schnell? Ich hab's gerade wegen seinem Schild. Okay, stimmt. Hast du recht. Ja, jetzt sieht das eher schlecht aus für uns, ähm... Relativ tanky. Aber unser Dings steht noch. Malten einfach weiter, 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 weiter. Alter, ich bin, ich bin full tank. Und ich krieg von denen so oft die Schnauze. Ja, ich auch. Ich hab... 20 Sekunden... 19, 18, 17, 16... 42 Schadenbogen, 3, 5, 3, äh, 54 von dem Nox. Malten, bleib draußen, bleib draußen. Und insgesamt vielleicht 500 oder 600 von... Von... 6, 5, 4... 3, 2, 1... Okay, jetzt haben wir hier wenigstens doch gleich nochmal. Zehn Sekunden. Ja, das schaffen wir, 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 wir können verteidigen. Ja. Ich komme mit meinem Speed up. Malten, geran, wenn du ulten kannst, mach. Ich kann noch nicht. Super. Aber ich geh voll zu ran. Ja. Na, scheiße, lag, 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 lag. Hä, was? Wir haben sie vom Phoenix weg. Äh, wir vom Titan weg. Mit der Zoll hier. Den hol ich mir. Was, das war das Woller? Dann lass mir die Minions für mein He. Scheiße. Ich greife generell keine Minions an. Oh, noch ab. Scheiße, das wird dann übel für mich enden. Aber ich hab's ziemlich gut. Okay. Äh. Hat jemand? Ja. Hier. Hier. Ich hab auch. Ich brauch nicht. Ich hab ein 3. Wir haben es echt geschafft. Wow. Also da können wir uns richtig auf die Schulter klopfen. Wartet, lass mir ein... Achso, natürlich. Wir können uns richtig, wir können uns aber richtig auf die Schulter klopfen. Aber das... Ah nein, das tut grad weh. Meine Schulter tut okay. Das soll ich grad sagen. Das ist so geil. Wartet. Wartet rein. Achso, okay. Okay. Phoenix hat nur 50 Leben oder so. Ich geh voll ran. Oha. 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 Jetzt sieht's gut aus, jetzt sieht's gut aus. Komm, wir sollten langsam mal Titan Dammit machen. Richtig. Sicher. Ich bin das noch ein bisschen. Okay, ist auf 90, 80. Oh, was war denn? Titan ist auf 50 etwa. Ja, okay, wir haben gewonnen. Ja. Die Gegner... Wir haben gewonnen. Echt verdient. Richtig gut geworden. Das hat sich auch gelohnt. Es war auch echt spannend zum Ende nochmal. Ja, bestimmt. Ah. 51, 33. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschau.